So, so, hier, GEMA und so, so, hier, Postfach, ganz toll, erstes, oh scheiße, das musst du nochmal machen, oder zensieren, jetzt haben wir bestimmt den Namen gesehen, von Marie, Stalkerfrau Nummer 1, das ist bestimmt ganz toll Marie, wir haben dich sehr lieb, du stalkst uns seit Monaten, Jahren, Jahren, Alter, was ist es denn, ich muss auch, Schere, hier, da ist so ein Ding, und da steht Schere und wir freuen uns auf jeden Fall, aber ich verstehe es noch nicht, how to NostarafoTV Fanpost schicken, ja, ok, was klebt denn hier dran, oh, was gibt denn hier, das ist schon übelst, das ist da drin, intens, äh, so, nee, 60, random, Name, Adresse, Postleitzahl, und bei random steht ihr Name, ja, oder was, wow, guck mal, wie schön die, Welt da draußen ist, ja, ich muss da auch mal anfahren, weil Daniel immer wie so Ochse fährt, so, warte, nein, warte, wir sind gleich, ich muss ja den Berg noch hoch, auf jeden Fall ganz toll, du machst die Warnweg-Anlage an, so, jetzt, fahr mal bitte nicht so Bleifußmäßig, ja, so, hier ist sorry, und da ist irgendwas drin, ich mach das jetzt mal ab, hier klebt halt was dran, Alter, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie was komisches drin ist, Oh, ey, Robin, wir brauchen dich nicht, also ich bin jetzt hier im Fokus, Oh, da ist Geld drin, geil, alter, du hast ja nicht Geld geschenkt, der erste Betrag, der geschickt wurde, hier, ein Cent, oder was, Hallo, lass mal die Kamera auf mich, So, da ist aber noch mehr drin, Ey, das ist voll schön, das ist wie vorgezogenes Weihnachten hier, Magic, damit ich nicht verliere, der Super-Magic-Zauberer, Level 50.000, Angriff 3000, Verteidigung 2999, Handynummer XXXXXX, Ha, ach, Marie, richtig schön, Alter, ich fahr jetzt hier an wie eine Feder, Ich halte da meinen Finger mal drauf, Ja, da kann ich wenigstens Gas geben, Geil, ein Gutschein für Burger King, Ich geh eigentlich nur zu Subway, Marie, da hast du ja echt, Da hast du doch nicht genug gestalkt und Informationen rausgepresst, Ja, jetzt weiß ich das aber, Aber geil, Die Leute schicken uns Geld, Wertanlage hier, Sehr, sehr geil, Hey, Subway, äh, Subway, äh, Burger King Gutschein ist auch Geld, Ja, Ist auch ein Geld umsetzen, Stimmt, Also, Alter, jetzt ist er auch noch rot, Schon sehr wertvoll, Schön, Ähm, ja, das war das, Alter, es ist übelst hart viel, was geben, Ja, Hier ist ein Bild von Playboy Eagle Herodes, Mit Augen, Das ist, äh, auch ganz schön, Was ist hier da unten, Oha, ein dreifacher Super Saiyajin, Ey, Marie, Kennst dich aus, ja? Alter Schwede, Ey, ich seh die Bilder, Ich guck mir die nachher dann an, Ja, guck die doch mal in Ruhe an, Ja, ich fahr halt, Alter, 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 was ist denn das, Alter, Alter, Wir haben hier, Held, Hero, Alter, ich muss, Die wird jetzt runterfallen, So entstand der Name Herodes, Die wird, Ich halt meinen Finger drauf, Oh shit, Äh, Digimon, Digimon niedlich, Alter, das ist ganz schön, Ich bin verwirrt, Was ist denn da alles drauf, Lies mal vor, Held, Herodes, Hero, Destiny, Dunkelheit, Lauert, Digital, Digimon niedlich, Es ist echt ganz schön, Äh, Verquer, Aber Marie, So kennen wir dich ja, Ganz schön, So ist der Name Herodes entstanden, Ach, das kenn ich noch, Das hier ist Anna, Das hat sie mir schon mal digital geschickt, Ich bin nicht besoffen, Solange ich auf dem Boden liegen kann, Ohne mich festzuhalten, Ja, Hat Anna das mal gesagt, Oder was? Ne, Glaube ich nicht, Nicht das, Ich wüsste, So, Alter, Das geht, Der muss doch jetzt für jeden eine Story sein, Alles Gute Anna, Alles Gute Anna, Weil sie kürzlich erst Geburtstag hatte, Aber das ist glaube ich nicht Anna hier auf dem Bild, Vielleicht ist sie das, Vielleicht ist das Skyrim Anna, Was kann sein, Du musst da ein bisschen Interpretation reinstecken, So, Das sieht mir aus wie Kalle mit einem Baguette, Das könnte sein, Weil Kalle dieses Profilbild seit Ewigkeiten hat, Ach, Hier vom, Äh, Luzlo oder so, Von Lai von Notre Dame, Notre Dame, Scheiße, Okay, Ähm, Hier haben wir ein Bild von Marie und Ricard, Die im, äh, Last of Us Video mitgemacht hat, Das ist ganz schön, Ich glaube, Die haben die eigentlich noch nicht gesehen, Aber wie hat es eigentlich jetzt eben mit den Haaren, Das stimmt, Es ist einfach zu hässlich, Dass die NSA das sehen darf, Ja, Oh, Das hat sie mir auch schon mal digital geschickt, Das bin ich dann wohl, Also das erkenne ich sogar als durch das Papier, Dass du das bist, Ja, 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 So, So eine Mütze, Hab ich nicht, Keine Ahnung, Wer das ist, Aber auch sehr schön, Zeig es mir auch mal, Irgendwas an der Kette, Hipster, Oder was steht denn da, Nein, Hallo, Das ist der, Der Ninja, Achso, Hier, Das hat sie ganz toll gemacht, Ich muss halt gerade fahren, So, Random Person, MCM ist weg, Bla bla, Lied, Bla bla, Herr Hodes ist immer noch scheiße, MCMs Lied, Und ich, Das ist das scheiße, Überschreit sie das? Ein Bild von Nostara Stalker, Was ist hier jetzt selbst, Du hast ja Rastalker genannt, Ja, Das ist, äh, Sehr schön, Aber ich verstehe nicht, Warum eine, Random Person, Ein MCM Text, Sagt, Oder so, Keine Ahnung, Sehr, sehr geil, Warum hat Kalle hier die Son Goku Haare, Aber es ist auch ein sehr, Sehr schönes Pist, Ja, Keine Ahnung, Ich habe da irgendwie so ein Messer oder so, Alter, Ich bin bei Rot drüber gefahren, Nein, Das hat keiner gesehen, Und Kalle hat Son Goku Haare, Boah, Was geht denn hier? GTA 5 lese ich nur, Alter, Da sind wir alle, Das ist ja wohl das allergeilste, Da ist Daniel, Ich kann es gerade nicht lesen, Warte, Herodes, Herodes steht da, Glaube ich, Waller, Da steht Waller, Da steht wirklich Waller, Nein, Da steht Kalle, Mann, Aber hier sieht es aus wie ein Waller, Guckst du mal? Ja, Ich habe, Ja, Stimmt, Walle, Das ist Anna, Das ist wunderschön, Aber was bin ich? Ich habe schon wieder ein Messer oder ein Brot, Du hast ein Dildo in der Hand, Dildo, Meine Güte, Marie, Wir sind echt schlechte Einflüsse für dich, Ach du Scheiße, Was ist das? Hier hat sie, Äh, Abonnenten gezählt, Hey, Wie, Zeig mal! Ähm, Datum, Zweiter Elfter, 178.755, Dritter Elfter, 178.894, Vierter Elfter, 2014, Herodes ist Scheiße. Sorry, Was ich da oben gemacht habe, Auf der Rückseite war auch was geschrieben. Da hat sie die Rückseite abgeschrieben? Äh, Abgeklebt? Alter, Das kriegen wir raus, Marie. Das kriegen wir raus. Ja. Da sitzen wir heute bis in die Nacht dran. Erster Elfter Samstag steht da. Das sind auch alles nochmal, Das ist auch nochmal so eine Tabelle, glaube ich. Das ist, äh, Das ist, äh, Wunderschön. Das ist wirklich, Das ist sehr, sehr interessante Kunst. Ne Marie, äh, Du bist echt die tollste Stalkerin, die man sich wünschen kann. Es war auch richtig schön, dich mal bei der Gamescom zu sehen. Ähm, Alter, Spam. Schon Spam, ja. Post Office. Ich sag schon Spam im Fach, ja? Ja, ist ja hart. Das ist echt hart. Diese Post. Dafür bezahlt sie auch noch jede. Wie, das war schon so viel, ja? Ja. Ist da noch mehr versteckte Botschaften auf den Rückseiten oder so? Ich glaube, ich habe alles ganz toll betrachtet. Äh, wir freuen uns ganz sehr, Marie. Wir freuen uns über noch viel mehr Fanpost von dir. Ne, ist wirklich geil. Ich finde dieses, äh, Das ist, äh, Das ist, äh, Das ist, äh, Das ist wunderschön. Ich hab halt alle noch gefühlt sind. Ich wette, du hast es voll in der Schule gemalt. Und du sollst in der Schule aufpassen. Im roten Sack. Kein Einfluss. Ja, ist nicht gut. Du passt bitte auf in der Schule. Bitte. Also. Ja. Zack. Das machen wir jetzt hier da rein. Sehr schön. Das hat jetzt bestimmt ein goldenes Zeitalter der Fanpost eingeleitet. Ah, ganz toll. Ich hab euch sehr lieb. So, jetzt filmen wir hier noch ein bisschen, wie Kalle Bleifuß machte. Ach, Kalle sag ich schon, alter dann. Oh, shit! Ah!